Nach dem Clip kommt nämlich die erste Live-Performance. Liebe Freunde, und zwar freue ich mich auf René Tenencu. Also es wird auf jeden Fall gleich musikalisch hochprozentig. Bis gleich. So sieht's aus, liebe Freunde, wir sind weiterhin hier im Studio und das Thema am heutigen Abend lautet Africa Day 2016. Und ich hab's ja vorhin schon angekündigt, wir haben heute nämlich Live-Performance. René ist endlich da. Ich freue mich auf René Tenencu. Er war schon letztes Jahr dabei. Ja. Ja, und bist diesmal nicht alleine. Und zwar hast du einen tollen Musiker mitgebracht. Das ist nämlich dann, sagst du, findest höchstpersönlich. Genau. Und der heißt wie? Uso. So sieht's aus. Ich wollte es nicht sagen, weil ich dachte, wenn ich das sage, heißt es, Bedo veralbert seine Gäste. But his name is really Uso. But his real surname is Uso? Usunov. 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 So, also, das ist nur der Spitzname, alle nennen ihn Uso. Genau. Wir trinken Iraki, aber ist auch in Ordnung, ist nicht schlimm. So, erzähl mal, was ist denn zwischenzeitlich eigentlich passiert? Du hast das letzte Mal, wie gesagt, noch hier und in der Zwischenzeit? Ja, in einem Jahr habe ich viel gemacht. Ich habe mein Album aufgenommen. Und genau, das kommt bald auf den Markt. Okay. Ist das Klassisches, mit afrikanischen Elementen, oder ist das eher so modern? Ja, das ist so eine Mischung. Ich habe so eine Mischung von Latino, Jazz, Afrobeat. Sagen wir so. Ja, coole Mischung. Freuen wir uns drauf. Ich muss auch schon ein bisschen wacker, wacker hier. Ja, sehr gut. Was haben wir denn heute von euch? Was ist der erste Song? Ja, ich habe ein Lied geschrieben, das ist wirklich sehr im Herz. Okay. Im Herz von mir. Liebe. Das Lied, genau. Das Lied heißt Morphel. Heißt, übersetzt? Auf Deutsch. Ja. Morphel. Ja. Heißt so. Ja, das heißt so. Heißt so. Auf Französisch, auf Barmunt, pardon. Morphel. Auf Deutsch. Morphel. Sehr gut. Und du singst bestimmt über eine verlorene Liebe, die weg ist, oder? Letztes Jahr habe ich über Liebe gesungen, aber dieses Jahr machen wir ein bisschen Sehnsucht nach Heimat. Oder ist das auch Liebe? Ja klar, irgendwo ja, definitiv. Liebe ist irgendwie immer ins Spiel. Ja, genau. Kann man nicht machen. Heute ist auch Liebe. So sieht es aus. So, liebe Freunde, ich kling mich aus, ich gehe an die Seite und euch wünsche ich viel Spaß mit der ersten Performance am heutigen Abend, René Tenenju und Uso. Viel Spaß. Okay. One, two, three. Musik 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 Da-na-da-da-da. Da-da-da. Vielen Dank. Ihr könnt gerne klatschen. Aber bitte. Ja, genau. Man kann es nicht sehen, wir haben auch hinten richtig viele Zuschauer heute. Das ist absolut rekordverdächtig bei Oriental Night. Vier Zuschauer. Das ist ausverkauft bei uns. Ja, das merke ich. Seit wie vielen Jahren schon. Bei uns ist vier Personen auf der Tribüne ausverkauft. Da kann Bayern nur Real Madrid sich eine Scheibe abschneiden. Liebe Freunde, wir müssen ganz kurz Werbung machen. Ja, vielen Dank euch beiden bis hierher. Wir sehen uns nachher noch einmal. Aber müssen ganz kurz abgeben zur Werbung. Und danach geselle ich mich wieder zu meinen Gästen auf die Couch. Und die beiden kommen nochmal. Also bis gleich. Bis zum nächsten Mal.